Hallo zusammen, herzlich willkommen bei Avanti on Tour. Ich bin der Dirk und heute hier bei meinem Händler Caravanic Center Bad Kreuznach. Zu Gast kann man nicht sagen, wir haben den Avanti in der Werkstatt und ich habe dann immer die Gelegenheit, freundlicherweise hier ein paar Fahrzeuge vorzustellen. Da auch mal einen ganz lieben Dank an das Team rund um in der Ölbracht hier in Bad Kreuznach. Hinter mir seht ihr ein Forster-Van, den habe ich bisher noch nie gefilmt. Das ist der 636er und den möchte ich euch in diesem Video vorstellen. Also, viel Spaß! Ja, wollen wir mal außen anfangen. Ich muss ein bisschen brüllen, bitte Daumen Nachsicht. Wir haben heute immer noch Sturm Sabine und ihr seht es da drüben bei den Fahnen. Ich habe die Nacht hier vor dem Gelände übernachtet, also es war ganz schön turbulent. Wir haben hier den Forster-Van 636 EB Fantasy. Ja, dazu muss man sagen, die Forster-Vans kommen ja aus der gleichen Schmiede wie Carman. Das ist alles Trigano-Konzern, also alles im Bereich Rollerteam, Chausson, Challenger, Carman kommt hier aus mehr oder weniger einem Werk. Wobei die Forster natürlich ein sehr, sehr gutes Preisniveau haben. Da sind mehr oder weniger so die Einsteiger-Vans in dem Bereich. Und ja, wir gucken mal, wo jetzt hier eingespart wird oder wo man noch gute Qualität liefert. Gucken wir mal außen. Was da direkt schon mal auffällt, wir haben hier keine Rahmenfenster. Wir haben hier noch die vorgehangenen Fenster. Aber auch das muss dem Grunde nach kein Nachteil sein, wenn man weiß, dass beispielsweise Malibu als wirklich Premium-Marke immer noch auf diese vorgehangenen Fenster setzt. Und sich da gegen Rahmenfenster entscheidet, kann das hier bei dem Forster auch nicht schlecht sein. Aber wir haben da oben eine Außenleuchte, wir haben eine Thule Omnistormarkise, wir haben hier wieder einen Kühlschrank, dann die Öffnung vom Wassertank. Auch am Heck sehe ich jetzt erstmal wenig Unterschiede zum Davis 620. Okay, man verzichtet auf eine Rückfahrkamera, aber die wird es wahrscheinlich gegen Aufpreis geben. Aber wir haben ein Maxi-Fahrwerk. Wir haben hier im Grunde nach die gleichen Teile wie auch im Karmann. Aber hier wieder die vorgehangenen Fenster. Wir haben eine Dieselheizung, also da spart man auch nicht. Aber und interessanterweise vorne haben wir keine Verkleidung. Das ist ein bisschen seltsam. Nur weil hinten hat man sie und vorne verzichtet man drauf. Wir haben Alufelgen und wir haben weiß. Wenn man weiß, dass Forster auch diese Farbe anbietet, bleibe ich lieber erstmal hier bei der Farbe. Ah, hier ist dann der 140 PS Motor verbaut. Und jetzt gehen wir mal rein. Schnell rein und Tür zu. Jo, gucken wir uns das mal hier innen drin an. Hier merkt man natürlich an vielen Ecken die Verwandtschaft zum Karmann. Wir haben hier jetzt kein Skyroof drin. Aber trotzdem haben wir die Quertraverse rausgeflext. Finde ich immer gut. Macht einen schönen luftigen Durchstieg. Natürlich, klar, viele von euch haben hier oben dieses Staufach lieb gewonnen. Aber ich prophezeie mal genau die andere Hälfte. Ja, hat sich da schon oft genug den Schädel gerannt und sind wahrscheinlich froh, wenn sie hier kein Staufach mehr haben. Aber wir haben hier kleine Taschen. Keine Ahnung, passt vielleicht eine Landkarte oder so rein. Wir haben hier oben noch ein paar Ablagen, die auch schön beleuchtet sind. Hier haben wir noch so ein kleines Fach. Ja, hier vorne dann ganz normal das Lenkrad in Kunststoff. Also kein Lederlenkrad, kein Lederschaltknauf. Auch bei den Polstern. Hier ist auch nichts verkleidet. Ansonsten, wir haben hier die gleichen Remis Faltrollos wie im Davis 620. Wir haben auch vorne das neue Rollo. Ich muss mal gucken. Ich meine, es ist von Dometic, was dann von hier unten hochkommt. So, schließt nicht ganz. Schließt also maximal bis hier. Das heißt, ein kleiner Spalt bleibt leider offen. Ja, dann haben wir hier die Dinette. Ah, der Tisch. Auch etwas anders als im Karmann. Hat eben diese hälftige Teilung nicht, die man hier nochmal hochklappen kann. Dafür hat er aber, was mir jetzt deutlich besser gefällt, er hat eine etwas größere Platte hier für den dritten Sitz. Die war tatsächlich beim Davis ungefähr, ja nicht ganz halb, aber hier ungefähr da abgeschnitten. Also hier haben wir schon etwas mehr Platz, auch schön dick. So, dann haben wir da unten ein Bodenfach. Das ist jetzt identisch, auch da hinten dieses Fach mit der Sicherung. Wir haben hier jetzt allerdings, da ist auch die Truma D6 Dieselheizung drin. Das ist die normale Kombi D ohne den Elektroheizstab. Das Ganze dann aber, und da sieht man dann wieder, wo es ein bisschen eingespart wird, eben nicht mit dem CP Plus Bedienteil, sondern mit dem normalen Truma Kombi Bedienteil. Ja, auch das hier ist etwas anders als im Karmann. Ja, dann haben wir hier die Sitzbank, dürfte identisch sein, auch recht breit. Haben hier noch einen Oberschrank. Auch der gleiche wie im Davis 620. Küche, auch zwei Flammenkocher mit Piezo-Zündung, haben normales Spülbecken. Die Fliegenschutztür, was fehlt, ist dieses, ja dieses Gewürzregal, was man sich selber bauen kann, aus dieser halben Abdeckung. Das ist halt im Davis 620 drin, fehlt hier. Wir haben noch einen Oberschrank, auch recht groß. Und wir haben jede Menge Schubladen. Das sind auch die gleichen, wie drüben im 620. Ich sage deswegen drüben, weil den habe ich da drüben, den weißen, habe ich in einem anderen Video gerade eben gefilmt. Und mache jetzt den Forster direkt hinten dran. Also hier ist auch Platz. Ansonsten ist das hier tatsächlich der Davis 620 Grundriss. Wir gucken mal ins Bad. Da fällt die Ähnlichkeit direkt auf. Es ist nämlich das gleiche Bad mit dem verschiebbaren Waschbecken hier. So, selbst die Oberschränke sind auch identisch zum, nee, sind andere Aufsteller. Die Aufsteller sind meines Erachtens nach anders als im Kaman. Aber ansonsten die Handtuchhaken, die Handtuchstange, das ist gleich. Auch hier wieder nur, in Anführungszeichen, der Pilzlüfter. Dafür haben wir da hinten ein Fenster. Und das kann man sogar verdunkeln. Bin ich mir gar nicht sicher, ob das drüben im Kaman auch war. Jo, Lattenrost. Was heißt Lattenrost? So ein Rost. Unten am Boden. Die Silikonfugen, einwandfrei, gibt es nichts. Und jetzt machen wir mal noch den Größentest. Und jetzt machen wir mal noch den Größentest. Ich muss dazu die Tür mal aufhalten, damit man das einigermaßen noch sieht. Also, äh, aua. Ha! Krupp gerannt hier oben an der Kante. Also, Vorsicht. Ansonsten ist das okay. Das Lattenrost käme ja noch raus. Das sind ja auch nochmal anderthalb, zwei Zentimeter. Das reicht. Also, völlig okay. Aber wie gesagt, wenn man hier reingeht, Vorsicht. Hier an der Kante. Ich habe gerade gesehen. Schnell die Rübe gerannt. Was auffällt ist, das hier ist doch eine relativ hohe Kante. Also, wenn man da drüber geht, muss man schon wirklich die Füße anheben. Aber ansonsten routiniert verarbeitet. Hier haben wir Kühlschrank. 80 Liter Absorber. Hier unten haben wir noch einen Kleiderschrank. Und hier verzichtet man auf den Querschrank, den man im Davies hat. Mit der Folge, dass man natürlich hier wieder unten auf die Schlösser guckt. Und ansonsten haben wir Oberschränke auf beiden Seiten. Und auch hier. Wir haben wieder die Fiammer Dachhaube. Und hier auch schon die Vorbereitung für den Fernseher. Ja, mit Hilfe dieser beiden Bretter hier und dieser zwei Polster kann man diesen Längsbettengrundriss dann hier in der Mitte auch noch zum großen Bett umfunktionieren. Wir können hier auf beiden Seiten auch die Lattenroste hoch machen. Und wir haben hier auf der Seite einen riesigen Keller. Also da ist jede Menge Stauraum. Hier werden dann die Teile eingehakt. Also praktisch hier jeweils drüber. Wenn ihr euch das mal anguckt. An beiden Seiten der Lattenroste. Und dann haben wir hier eine große Liegefläche. Wir haben hier auch dieses, ich sag das mal, modulare System wie im Davies. So, Moment. Also hier haben wir mal einen Unterschrank. Ihr seht da diese Schrauben. Das kann ich alles lösen. Und kann dann dieses Podest hier in der Mitte inklusive dieser Seitenschränke komplett rausbauen. Ich habe damit also unwahrscheinlich einen Stauraum, wenn ich mal einen Kühlschrank oder eine Gefrierkombination zu transportieren habe. Das Ganze geht hier weiter. Da haben wir nochmal diese Schrauben. Und auch hier vorne findet ihr die auch nochmal in dem Staufach. Also ich kann das Ganze so drin lassen, wie es jetzt ist. Ich kann es aber auch, wenn ich möchte, komplett rausnehmen. Auch den Schrank hier kann man entfernen. Wie ihr seht, da unten sind auch noch Verschraubungen drin. Also mal eine clevere Lösung. Ja, ansonsten müsst ihr natürlich in der Aufpreisliste gucken, ob es hier noch Seitenfenster gegen extra Cash gibt. Ich gehe mal von aus ja. Ansonsten muss hier irgendwo eine Preisdifferenz zum K-Mann auch bleiben. Ja und jetzt gucken wir uns mal noch den Heckstauraum an. Wie gesagt, auch identisch zum Davids 620. Wir haben hier den Gasflaschenkasten für 2 x 11 Kilo. Gehen da 2 x 11 Kilo rein? Nee, 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 da redet der Avanti und Turemann wieder Quatsch. Also 2 x 5 oder 2 x 7. Also 2 x 11 Kilo gehen hier definitiv nicht rein. Ja, hier seht ihr nochmal die Schränke. Auch hier die zweite Ebene. Hier ist nochmal so ein Isoliervorhang vorne für die Windschutzscheibe. Und hier in den Schrank kommt man auch von hinten dran. Was dann auf jeden Fall bleibt, ist dieses Seitenteil hier. Weil da der Wassertank dahinter sitzt. Ansonsten kann praktisch der gesamte Bereich hier raus. So sieht das Ganze dann von hinten nochmal aus. Wie gesagt, ist etwas einfacher gehalten. Aber der Möbelbau an sich ist identisch zum K-Mann. Ja, die Überraschung kommt dann auf der Preisliste. Wie gesagt, wir haben den 636er Grundriss. Wir haben 140 PS. Wir haben ein 3,5 Tonnen Chassis. Das Ganze Euro 6D Temp. Wie gesagt, der Aufbau ist identisch zum DABIS 620. Wir haben einen 80 Liter Kühlschrank. Und ansonsten habe ich euch das vorgestellt. Hier steht jetzt Radkappen in Metalloptik. Das stimmt nicht. Das sind tatsächlich Alufelgen. Wir haben die Trittstufe, die Fliegenschutztüre. Wir haben eine Markise. Ein Fahrradträger steht jetzt hier noch. Habe ich nicht gesehen. Hier nur den 75 Liter Tank. Das ist schade. Das ist doch sehr, sehr wenig. So häufiger tanken. Aber schaut euch den Preis an. 43.000 Euro. Das ist, Leute, das ist für einen 636er unanständig, der Preis. Also da kann man wirklich nicht meckern. Zumal Features drin sind wie eine Dieselheizung, die es sonst nur gegen Aufpreis gibt. Was man beim Forster noch dazu sagen muss bei dem Preisschild, es ist keine Aufbaubatterie verbaut, standardmäßig. Also die Aufbaubatterie ist immer aufpreispflichtig. Kostet knapp 500 Euro. Deswegen schreiben die hier auch frech kalkuliert. Also tatsächlich, die müsst ihr nochmal draufrechnen. Aber nochmal, egal. Dann sind wir hier bei knapp 44.000. Das ist für das Fahrzeug immer noch ein Wahnsinnspreis. Ja, das war der Forster Van 636 EB. Schaut es euch an bei eurem Händler oder hier direkt in Bad Kreuznach beim Caravaning Center Bad Kreuznach. Und ich gehe jetzt mal in die La Strada-Ecke. Da habe ich auch noch was entdeckt. Also, bis zum nächsten Video. Tschüss!